Wer macht das Rennen um das Playboy-Cover? Iris Klein und Daniela Büchner verfolgen nach ihrem Body-Battle nun das nächste gleiche Ziel, sie wollen die Hüllen für das Männermagazin fallen lassen. Beide haben ordentlich abgespeckt, mehrfach beim Beauty-Doc vorbeigeschaut. Und nun wollen beide Auswanterinnen ihre erschlanken Körper im Playboy präsentieren. Da hört die Gemeinsamkeit allerdings auch auf. Dani und Iris sind sich Spinnefeind. Welche der beiden es ins begehrte Magazin schaffen könnte? Iris Klein-Daniela Büchner, so stehen ihre Chance auf das Cover wirklich. Sie konnten sich nie wirklich leiden, und daran dürfte die aktuelle Rivalität auch nichts ändern. Im Gegenteil. Kaum zeigte Dani aller Welt. Wie glücklich sie mit ihrer neuen schlanken Figur ist und verriet gegenüber Klosser, dass sie nicht Nein sagen würde, wenn der Playboy anruft. Schon zog auch Iris in Sachen Body-Tuning nach und träumte plötzlich auch von einem Covershooting für das freizügige Magazin. Auf die Idee gebracht habe sie ihre eigene Tochter Daniela Katzenberger, heißt es. Doch die Chancen für die Katzen-Mama stehen schlecht. Playboy-Chefredakteur Florian Buitin höchstpersönlich erklärte auf ihren mehrfach öffentlich geäußerten Wunsch hin, seitens der Zeitschrift bestünde kein Interesse. Also freie Fahrt für Dani? Die winkt mittlerweile dankend ab. Die Diskussion darum, wer sich wann auszieht, ist mir mittlerweile wirklich zu viel Theater. Erklärt sie lachend. Immerhin, sie hat noch keine offizielle Absage vom Magazin-Chef und würde im Falle eines Falles vielleicht immer noch nicht Nein sagen.